Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau war ein preußischer Standesherr, Generalleutnant, Landschaftsarchitekt, Schriftsteller und Weltreisender und seinerzeit ein bekanntes Mitglied der gehobenen Gesellschaft, Leben. Hermann von Pückler-Muskau war das erste von fünf Kindern des Reichsgrafen Ludwig Karl-Hans Erdmann von Pückler und der Reichsgräfin Clementine von Kallenberg, die ihn als 1,5-Jährige gebar. Sein Bruder starb in der Kindheit an der Ruhr, Pückler wuchs in der Standesherrschaft Muskau, der größten deutschen Standesherrschaft, mit drei Schwestern und seinem Großvater George Alexander Heinrich Hermann von Kallenberg im Hause auf. Seine Mutter, so formulierte er es als 1,6-Jähriger in einem Brief an den Vater, behandelte ihn wie ein Spielzeug, ohne selbst zu wissen, warum sie mich bald schlug, bald lieb, wusste. Man muss diese Schilderung freilich als einen Teil eines durchdachten Versöhnungsanlaufs lesen, da seine Mutter aus der ihr unerträglichen Ehe gerade ausgebrochen war und sein Vater ihn nie anders als von sich ferngehalten hatte. Der Vater Erdmann, Graf Pückler, galt als mürrisch und tatnahm. In demselben Brief beschrieb Pückler seine Erziehung wie folgt. In den frühen Jahren meiner Kindheit finde ich mich in den Händen teils Dummer, teils Rohrbedienten, die mich ziemlich nach Gefallen behandelten. Einzig sein Großvater Graf von Kallenberg und sein Hauslehrer Andreas Tam mochten den jungen Grafen. Letzterer wurde jedoch früh zum Gehen gezwungen. Nach dem Tod des Vaters seiner Mutter wurde der siebenjährige 1792 für vier Jahre zu den Herren Hutern nach Uhröst. Dann aufs Pädagogium nach Halle und schließlich auf das Philanthropinum in Dessau gegeben. Die streng pietistische Erziehung an der Herrenhutischen Heuchelanstalt in Uhröst begründeten seine spätere Abneigung gegen den Protestantismus. Wo er sich religiös äußert, tritt ein entschiedener Pantheismus hervor. 1800 immatrikulierte er sich zum Studium der Rechte an der Universität Leipzig. Brach dies jedoch frühzeitig ab und begann eine militärische Laufbahn. Um schließlich ausgedehnte Reisen oft zu Fuß in die Provence und nach Italien zu unternehmen. Nach dem Tode des Vaters wurde er 1811 Standesherr übergab bald die Verwaltung seinem Freunde, dem Dichter Leopold Schäfer. Als Oberstleutnant und Generaladjutant des Herzogs Karl August von Sachsen-Weimar Eisen nachnahm er an der Völkerschlacht bei Leipzig teil. In den folgenden Feldzügen gegen Napoleon fungierte er als Verbindungsoffizier zum russischen Zaren Alexander I. Und wurde danach kurzzeitig als Militärgouverneur von Brügge eingesetzt. 1812 bereiste er zusammen mit Leopold Schäfer das erste Mal England, wo er angesichts der dortigen Parks seine Berufung zum Gartenkünstler entdeckte. Nach dem Wiener Kongress 1815 fiel Pücklers Teil der Lausitz von Sachsen an Preußen. Nach Schätzungen von Historikern war Pückler einer der 15 größten Landbesitzer im Königreich Preußen. Am 9. Oktober 1817 erfolgte die Heirat mit der neun Jahre älteren Lucy von Hardenberg, Geschiedene von Pappenheim. Tochter des preußischen Staatskanzlers Karl August von Hardenberg wurde Pückler in den Fürstenstand erhoben. 1826 kam es pro forma zur Scheidung von Lucy, mit der er dessen ungeachtet lebenslang freundschaftlich zusammenblieb. Der verschuldete Park- und Gartengestalter wollte nach England reisen, um erneut reich zu heiraten. Auf der Suche nach einer vermögenden Erbin verbrachte Pückler zwischen 1825 und 1829 viele Monate dort. Er bewunderte den Lebensstil des englischen Landadels, den er als das beste Element in der englischen Gesellschaft betrachtete. Dennoch kritisierte er in den Briefen an seine Frau Lucy mit scharfen Worten die rücksichtslose Vertreibung der Landbevölkerung in Irland durch englische Adelige, die in Irland die Schafzucht intensivierten. Er fand keine Braut, dafür wurden seine Reiseberichte ein literarischer und finanzieller Erfolg in Deutschland, dann auch in England und den USA. Der Fürst beschloss nun, nach Nordamerika zu reisen, doch wegen eines Duells verpasste er die Schiffsabfahrt. Stattdessen unternahm er eine Reise über Algier nach Ägypten, wo er vom Kediven Mohammed Ali Pasha als Staatsgast empfangen wurde und für seinen Aufenthalt einen Palast mit Personal erhielt. Und weiter in den Sudan, bis er 1838 südlich von Khartoum entkräftet den Rückweg antrat. 1837 kaufte er sich in Kairo auf dem Sklavenmarkt, die etwa 14-jährige Mahbubar als Schwarze gespielen, die er mit nach Europa nahm. Ferner reiste er in den Nahen Osten, zusammentreffen mit Lady Hester Stanhob nach Konstantinopel, er versuchte später er erfolglos, dort preußischer Botschafter zu werden, und nach Griechenland. Politisch vertrat er liberale Positionen und stand den preußischen Reformern um den Freiherrn vom Stein nahe. So plädierte er für eine politische Selbstverwaltung auf kommunaler Ebene. Dies dazu sein erklärter Pantheismus und sein extravaganter Lebensstil machten ihn im reaktionären Preußen der Biedermeier-Ära Suspekt. Auf der anderen Seite beteiligte Pöckler sich jedoch ganz der offiziellen deutschen nationalen Linie folgend, aktiv an der Germanisierung seiner überwiegend sorbischen Untertanen und vernachlässigte die Volksbildung in seiner Herrschaft. Dem Militär blieb er weiterhin verbunden, Minus so erhielt er 1826 den Charakter als Oberst und bereits 1833 als Generalmajor. Seit 1862 stand er à la suite der Armee und wurde 1863 zum charakterisierten Generalleutnant ernannt. Als solcher gehörte er 1866 zum Hauptquartier des preußischen Königs im Deutsch-Österreichischen Krieg. Eine Teilnahme am Deutsch-Französischen Krieg 1870 blieb dem 85J-Jährigen allerdings verwehrt. Da er sich mit der Anlage seines ersten Parks in Moskau finanziell übernommen hatte, verkaufte er 1845 die Standesherrschaft Moskau. Er zog auf sein Erbschloss Branitz bei Kutbus. Den Erlös aus dem Verkauf von Moskau verwendete er, um das Schloss Branitz umbauen zu lassen und um erneut einen Landschaftsgarten nach englischem Vorbild, den heutigen Fürstpöckler-Park anzulegen. Fürstpöckler war über die Militärlaufbahn hinaus als tollkühn und rastlos bekannt 1815 sein Aufstieg mit einem Freiballon von Raikardt. 1837 seine Reise zu den Nilkaterakten bis zu seinem Tod im Jahr 1871 widmete er sich der Schriftstellerei. Da eine Einerschärung Verstorbener damals aus religiösen Gründen verboten war, griff er zu einer provokanten List und verfügte, dass sein Herz in Schwefelsäure aufzulösen sei und der Körper in Etznatron, Etzkalli und Etzkalk gebettet werden solle. So wurde er am 9. Februar 1871 im Tumulus minus einer Seepyramide im Parkseedesbranitzer Schloss Barks minus beigesetzt. Da er kinderlos war, fielen Schloss und Park nach seinem Tod an den Majoratsnachfolger, seinen Neffen, den Reichsgrafen Heinrich von Pückler, Barvermögen und Inventar an seine Nichte Marie von Pachelbel G.H.G. von Seidewitz. Den literarischen Nachlass des Fürsten erbte die Schriftstellerin Ludmilla Asing mit der Auflage, die Biografie des Autors zu schreiben und seine ungedruckten Briefwechsel und Tagebücher zu veröffentlichen, der Landschaftskünstler. Unter Kennern gilt er als landschaftskünstlerisches Genie. Seine Weiterentwicklung des englischen Parks in den Landschaftsparks von Moskau und Branitz wird nicht selten sogar über Lenne und Skell gestellt. Beide Parks und die seiner Schüler machten international bis nach Nordamerika Schule und zählen bis heute zu den besonderen Höhepunkten der Landschaftsgestaltung im 19. Jahrhundert in Europa. Was beide Parks besonders kostspielig machte, war der Umstand, dass Pückler für ihre Anlage riesige Mengen Mutterboden aus weiter entfernten Gegenden auf Ochsenkarren heranschaffen ließ. Da der sandige Untergrund für den geplanten Bewuchs ungeeignet war, darüber hinaus gelang es ihm erstmals ausgewachsene Bäume zu verpflanzen. Er ließ sie auf einem speziellen Fuhrwerk heranfahren und den Boden am neuen Standort baumgerecht präparieren. So gelang es ihm, sein berühmt gewordenes Konzept der Blickachsen schon bei der Anlage der Parks zu verwirklichen. Pückler, der seine Möglichkeiten der Besichtigung des englischen Landhauses und den Zutritt zu den Gartenanlagen in England zum Teil nur persönlich zugebilligt erhalten hatte und zu schätzen wusste, beschloss den freien Zugang für seine Landschaftsgärten und weitete ihn auf jedermann aus der Schriftsteller. Als Erzähler, Berichterstatter und Briefschreiber war er sehr fruchtbar. Sein literarischer Ruhm unter den Zeitgenossen gründet sich auf die anonym herausgegebenen Briefe eines Verstorbenen. Dabei handelte es sich ursprünglich tatsächlich um Briefe an seine Frau und es war ihre Idee, die Briefe in gedruckter Form zu veröffentlichen. Sie wurden in kurzer Zeit in Deutschland, England und Frankreich zu Bestsellern. Dazu verhalf ihnen ihre stilistische Qualität, scharfeugiger Zugriff auf sprechende Situationen, uneinschüchterbare Scharfzüngigkeit, zumal auch seinem eigenen Stand gegenüber, fehlende Prüderie, unangestrengte Ironie. Das in der Reaktionszeit vor 1848 geduckte Bürgertum erhielt dadurch, dass er als adeliger Zugang zu den führenden Häusern Europas hatte und seine Leser an diesen Erfahrungen teilhaben ließ. Ein Blick in die vor ihnen abgeschirmten Milieus des Adels, als Dandy hob er sich von seinen Standesgenossen ab. Zudem hatte er einen ausgedehnten Freundes- und Bekanntenkreis unter Künstlern und Schriftstellern, zum Beispiel Karl Friedrich Schinkel, Leopold Schäfer, Bettina von Arnim, Rahel, Karl August Farnhagen von Ense und Heinrich Heine. Darüber hinaus war er mit zahlreichen exotischen Ländern vertraut, er vermochte durchaus mit osmanischen Vizekönigen und arabischen Emiren auf Augenhöhe mitzuhalten. Dies wusste er genau anzüglich und spöttisch zu schildern. Allerdings sind die originalen Briefe von Lucy von Pückler, Muskau und Leopold Schäfer vor der Drucklegung bei manchen Ungeschminktheiten redigiert worden. Um die Vorstellungen des Lesepublikums über ihn nicht zu beeinträchtigen, was ihm späterhin seinen Briefen nach missfallen hat. Pückler erstellte während seiner Reisen außerdem sogenannte Erinnerungsbilder, eine Art Tagebuch in vier ungedruckten Bändes, das sowohl aufschlussreiche Kommentare über englische Gärten und Landschaften, aber auch über die Kultur und Bevölkerung, als auch einige vor Ort erworbene Kunstdrucke und Karikaturen enthält Fortwirkung. Der Fortwirkung Hermann Pücklers half es zwar, dass er selber als facettenreiche Erscheinung stark auf öffentliches Echo bedacht war, was nicht zuletzt den Anekdotenreichtum um ihn prägte, aber auch seinen von den Gegnern des jungen Deutschlands aufgebrachten Ruf als Luftikus, Frauenheld oder Abenteurer festlegte. Andererseits litt seine Nachwirkung sehr daran, dass sowohl im Bereich der Landschaftsgärtnerei als auch im Bereich der Literatur- und Lokalgeschichtsschreibung und der Biografik ganz unterschiedliche Forschergruppierungen mit Erfolg, aber ohne institutionelle Vernetzung über Pückler arbeiteten. Landschaftsarchitekten und Gartenbauer, Literaturhistoriker, Kulturhistoriker, Heimatforscher. Versuche, sie alle zusammenzuführen und weitere Fachdisziplinen einzubeziehen, sind erst jüngsten Datums. Nach Pückler-Muskau sind das Fürst Pückler-Eis und der Asteroid Pückler benannt. Trivia Obgleich der zu diesem Zeitpunkt 80-jährige Hermann von Pückler-Muskau die Schlacht bei Königgritz verschlief, wurde er für seine Teilnahme ausgezeichnet im nördlichen Brunner Vorort Königfeld war Fürst Pückler mit Gefolge mehrmals zu Gast. Der Auftritt eines weltreisenden Erfolgsautors macht einen großen Eindruck. Das Gasthaus auf der Straße von Brunn nach Prag wird danach zum Semilassow genannt. Heute steht in dem Brunner Viertel am gleichen Ort das 2009 neu gebaute Kulturzentrum Semilassow-Werke. Mit dem Wirken von Hermann von Pückler-Muskau sind folgende Landschaftsparks in Deutschland verbunden. Fürst Pückler-Park Bad Muskau zum kleineren Teil auf Deutschem, zum größeren auf polnischem Staatsgebiet. Fürst Pückler-Park Branitz-Kottbus. Pücklerschlag vom Ettersberg bei Weimar. Altenstein, Herzoglich-Sachsen-Meininglische Sommerresidenz. Park Babelsberg in Potsdam. Park von Schloss Wilhelmsdal bei Eisenach zusammen mit Hermann Jäger. Zahlreiche Parks seines Schülers Eduard Petzold lassen Pücklersgarten künstlerische Stilleinflüsse erkennen. Briefe 17 Briefe Pückler-Muskau an Ida Grefin-Hahn-Hahn. Zwölf Briefe Ida Grefin-Hahn-Hahn an Pückler-Muskau. 21. September 1844 bis 24. März 1845. Schriftenbriefe eines Verstorbenen, 4b.de, Stuttgart, Frank und Hallberger 1830 bis 1831. Erster Teil, F. Zweiter Teil, F. Vierter Teil, Hallbergersche Verlagshandlung Stuttgart 1831. Digitalizei und Volltext im Deutschen Textarchiv. Andeutungen über Landschaftsgärtnerei verbunden mit der Beschreibung ihrer praktischen Anwendungen Muskau, Leipzig, J.B. Hirschfeld 1834. Nachdruck H.G.G. von Günther J. Tutti Frotti, 5b.de, Stuttgart, Jugendwanderungen, Stuttgart, Hallberger 1835. Neuauflage. Semilassos vorletzter Weltgang. In Europa, 3b.de, Stuttgart, Semilassos vorletzter Weltgang. In Afrika, 5b.de, Stuttgart. Hallberger 1836. Neuauflage. Der Vorläufer. Stuttgart. Hallberger 1838. Neuauflage. Südöstlicher Bildersaal. Stuttgart. Hallberger 1840. Neuauflage. Griechische Leideni und Zwei. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Klaus Günther Just. Deutscher Bücherbund. Stuttgart. Hamburg 1969. Aus mir Medalesreich. 3b.de, Stuttgart. Hallberger 1844. N.D. in 1 Band mit Kommentar und Anmerkungen. Zürich die Rückkehr. 3b.de, Berlin. Duncker 1846 bis 1848. Punkt. Briefwechsel und Tagebücher des Fürsten Hermann von Pückler, Musgau, 9b.de, HGG. Aus dem Nachlaus von Ludmilla Assing, Berlin. Wedekind und Schwieger 1873 bis 1876. Rie Prinz Bremen, Liebesbriefe eines alten Kavaliers. Briefwechsel des Fürsten Pückler mit Arter von Tresco, HGG. Von Werner Dedien, Alfrede Metzner, Briefe aus der Schweiz, HGG. Und kommentiert von Charles Linsmeier, Zürich. Bettine von Arnim, Hermann von Pückler, Musgau. Die Leidenschaft ist der Schlüssel zur Welt. Briefwechsel 1832 bis 1844, HGG. Und kommentiert von Enid Gajek und Bernhard Gajek, Stuttgart, Cota 2001, ISBN 3-7681-9809-X. Hermann Graf von Pückler, Musgau und Tritschienelub. Briefe und Biografie 1785 bis 1808 bearbeitet und HGG. Von Günther J. Hermann Graf von Pückler, Musgau und Tritschienelub. Briefe und Biografie 1808 bis 1815 bearbeitet und HGG. Von Günther J. Wauppel, Telem, Dresden 2008, ISBN 978-393767294-6. Filme, Fürst Pückler, Playboy, Pasha, Visionär, Dokumentarfilm und Doku-Drama, Deutschland, 2014, 52 zu 40 MIN, Buch und Regie Eike Schmitz und Philipp Gries, Produktion. Atlantis Film, ZDF, ATE, Erstsendung, 1. März 2015 bei ATE, Inhaltsangabe von ARD. Hermann von Pückler, Musgau, Der Grüne Fürst, Dokumentarfilm, Deutschland, 2012, 29 zu 20 MIN, Buch und Regie, Andre Mayer, Kamera, Andre Böhm, Produktion, MDR, Reihe, Lebensläufe, Erstsendung. 16. Mai 2013 bei MDR, Inhaltsangabe von MDR.